Ja, herzlich willkommen zu einem erneuten EEB-Talk, diesmal mit dem Philipp Köhler hier neben mir. Wahrscheinlich ist es gerade wieder am Spiegel verkehrt, ich muss es so machen. Ja. Es geht heute um interaktive 360-Grad-Rundgänge und auch 3D-Rundgänge. Ja, und dieser Talk, der läuft ein bisschen anders ab als die letzteren Talks. Sonst hatten wir immer einen Referenten, der eben so aus seinem Gebiet erzählt. Und heute geht es auch um Projekte, die Philipp und ich auch gemeinsam umgesetzt haben, aus dem Bereich 360-Grad. Und ja, bevor wir anfangen, Philipp, vielleicht mal so drei, vier Wörter zu dir. Wer bist du? Was machst du? Ja, mein Name ist Philipp Köhler, bin Inhaber von NaraCopter und 3D-Scan 360. Das heißt, wir produzieren alles das, was man mit Drohnen machen kann. Angefangen von Luftbildern für Image und Werbung bis hin zu Vermessungen und technischen Fotografien. Aber eben auch 360-Grad-Rundgänge und virtuelle Touren in 3D. Von Hause aus habe ich irgendwann mal Erzieher gelernt, habe auch einen Teil der Ausbildung mit dem Tobi zusammen gemacht. Und wir haben auch mal ein Jahr zusammen gewohnt und haben uns dann wieder getroffen und uns für das Projekt Lutherdenkmal und für die Dreifaltigkeitskirche in Worms zusammengetan. Und da sind schon tolle Sachen bei rausgekommen und freue mich sehr über die Einladung heute hier zum EEB-Talk. Ja, sehr gerne. Also vom Grundprinzip für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, das ist ein interaktiver Talk. Wir bieten einen ja inhaltlichen Input. Wir werden nachher auch ganz viel zeigen. Jeder hat die Möglichkeit, über Twitter, Mastodon oder hier auch über den Chat einfach Fragen reinzubringen. Ich beobachte die Hashtags und auch den Chat. Jeder hat auch die Möglichkeit, sich einfach über die Webcam mit reinzuschalten und dann ins Gespräch mitzukommen. Es wird noch ausreichend Gelegenheiten auf Rückfragen geben. Ja, aber zuerst zu dem Thema. Ich meine, angefangen hatte alles 360 Grad, als die Technologie noch relativ frisch war, dass ich mir damals eine 360-Grad-Kamera, die Theta S, gekauft hatte mit 8 Megapixel Auflösung. Heutige Verhältnisse sehr, sehr wenig. Und die Motivation, die war einfach aus der kirchlichen Arbeit her, dass wir Kirchenräume haben und sehr viele Rückmeldungen von älteren Leuten im ländlichen Raum, dass die eben zu bestimmten Jahreszeiten auch aufgrund mangelnder Mobilität einfach nicht mehr in der Lage waren, sich Kirchen auch mal anzugucken. Und da habe ich mir überlegt, okay, wie kann man einfach diese Technologie nutzen und die Kirchenräume, die wir hier haben, ja, mit einem 360-Grad-Spektrum auch mal darzustellen. Für diejenigen, denen 360 Grad überhaupt nichts sagt, man muss sich das einfach vorstellen, als wäre man in einer Kugel drin und die Innenseite der Kugel einfach ist das Bild. Und man hat die Möglichkeit, sich hier in alle Richtungen auch umzuschauen. Man sieht, das ist noch mit so einer relativ einfachen Konsumkamera, die hat dreimal 300 Euro gekostet, die Theta aufgenommen. Die Qualität, die ist so okay, ja, aber wenn man halt ranzoomt, merkt man doch schon, ja, sehr pixelige Aufnahmen. Und das ist dann der Punkt, an dem der Philipp dann ins Spiel kommt. Wir haben uns da mal wieder getroffen und uns darüber unterhalten und der Philipp, der hat mir einfach auch mal angeboten, mit dem Equipment, was er hat, ja, auf mal nach Worms zu kommen. Und dort einerseits die Dreifaltigkeitskirche hatten wir aufgenommen und auch das Reformationsdenkmal. Und ja, Philipp, übergebe ich mal an dich. Hast du mal Lust, einen Rundgang mal zu zeigen, was wir dort auf die Beine gestellt haben? Natürlich. Ich glaube, ich fange mal mit dem Lutherdenkmal an, weil das ja doch eins der am meisten Beachteten war, weil wir das am Rheinland-Pfalz-Tag in Worms premierenmäßig auch promotet haben, zusammen mit MrWissen2Go als YouTuber. Und das ist wirklich nicht nur 360 Grad, sondern das ist eine ganz interaktive Geschichte. Und das möchte ich euch einfach jetzt mal zeigen, wenn ich das hier gerade mal verschoben kriege. Moment. Da komme ich gerade nicht ran. Dann machen wir es doch hier. Lutherdenkmal.de. Genau. Genau. Da kann jeder reinschauen. Die Drohnenflüge haben wir dazu gepackt. Das heißt, das ist erst mal das Intro. So geht es los, dass ich von Luther überhaupt mal einen Eindruck bekomme an der Stelle. Und dann kann man hier auf den Knopf drücken und dann starten wir direkt den 360-Grad-Rundgang. Der liegt dann nicht mehr auf der Webseite, sondern der liegt bei Roundme. Das ist ein Dienstleister, der 360-Grad-Rundgänge hostet und auch die Möglichkeit bietet, einzelne 360-Grad-Fotos zu einer 360-Grad-Fototour zusammen zu verlinken. Das Schöne an Roundme ist, 15 Panorama-Fotos pro Monat kann man dort kostenlos hosten, kann die auch verbinden und die Grundfunktionen sind hier alle kostenlos. Das heißt, wer das mal testen möchte, so dass es auch auf jedem Handy funktioniert und dass man auch das Gyroskop vom Handy nutzen kann. Das heißt, dass wenn ich mich mit dem Handy so umschaue, ich nehme es gerade mal hier in die Hand, das heißt, wenn ich das mal so mache, dann bewegt sich auch auf dem Bildschirm automatisch das Panoramabild und ich muss gar nicht mit dem Finger entsprechend steuern. Dieses Foto ist das Startfoto und es dreht sich automatisch oder ich kann es eben mit der Maus entsprechend ziehen, kann es perspektivisch auch einrichten und mich dann entsprechend bewegen. Und da schauen wir doch einfach mal hin. Hier gibt es ein I, da steht schon mal drauf, herzlich willkommen. Und hier kommt dann ein Video von MrWissen2Go zum Thema Lutherdenkmal in Worms. Wenn wir jetzt zum nächsten Panorama switchen wollen, dann gehen wir hier auf diesen Tropfen, auf so einen Hotspot und landen dann direkt im nächsten Bild, was dann weitere Informationen bietet. Hier ist es wieder ein Video. Da käme natürlich auch ein Foto gut oder ein beschreibender Infotext, je nachdem, wie man sich das aussuchen möchte. Ich kann mich auch hier im Foto in 360 Grad bewegen. Und interessant ist, wir haben das ganz frühmorgens gemacht in Worms. Wir mussten auch ein paar Mal mehr ran, weil, wie man hier zum Beispiel sieht, hat uns die Sonne hier volle Granate in die 360-Grad-Kamera reingeschienen und wir mussten das ein oder andere Foto tatsächlich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal neu aufnehmen. Und da kommen wir jetzt auch schon zu dem ersten Bereich, den man beachten muss, neben der Bildqualität. Es klingt ganz trivial, aber so einfach ist es dann doch nicht. Ein 360-Grad-Foto erfasst 360 Grad. Was bedeutet das? Das heißt, es ist wirklich alles drauf. Alles heißt, alles, was über mir ist, alles, was vor mir ist, alles, was rechts, links und hinter mir ist und natürlich auch das, was unter mir ist. Das bedeutet, wir haben hier sehr gute Verhältnisse gehabt in diese Richtung. Wunderbares Licht, tolle Ansicht, findet jeder Fotograf toll. Wenn wir uns allerdings umdrehen, dann haben wir hier wirklich in diesem Bereich hier große, ausgefressene Bereiche, wo keine Zeichnung mehr zu erkennen ist. Und das liegt unter anderem an der starken Sonneneinstrahlung, mit der diese Kameras auch nicht ganz gut klarkommen. Gemacht wurde das Foto mit einer sogenannten Panono-Cam. Das ist eine spezielle 360-Grad-Fotokamera, auch genannt der Ball. Den zeige ich hier gern mal. Sieht so aus. Hat insgesamt 36 verschiedene Kameras und eine Gesamtauflösung von 108 Megapixeln. So sieht diese Panono aus. Das ist schon eine sehr professionelle Kamera. Aber wie man hier im Bild sieht, auch da gibt es Einschränkungen. Dafür kann ich aber ein Foto machen und die Kamera, vielmehr die Software, sticht dann diese 36 Einzelfotos zusammen. Was heißt Stitchen? Stitchen bedeutet, die näht die an den Kanten und an den überlappenden Bereichen letztendlich so zusammen, dass man ein interaktives 360-Grad-Foto an der Stelle hat. Ganz interessant an der Stelle war, dass wir eine japanische Reisegruppe hatten, die ihren Aufenthalt in Worms gesucht hat und auch nicht wirklich verschwinden wollte. Das heißt, der normale Fotograf hätte überhaupt gar kein Problem gehabt. Als 360-Grad-Fotograf brauchen wir wirklich eine rundherum saubere Umgebung. Und das war hier in der Tat gar nicht so einfach. Genau. Vielleicht kann ich hier mal kurz mal dazwischen gerätschen, Philipp. Allein vom Planungssetting her, wenn du die Bildschirpfreigabe gerade mal kurz aufheben würdest. Genau. Also allein vom Planungssetting. Du hast jetzt ja mal über die Technik erzählt. Auch schon so ein bisschen, ich sage mal, worauf wir achten mussten wegen Sonnenstrahl. Da würde ich ganz gerne mal ergänzen. Wir haben ja zum Vorfeld ja auch sehr viele Gedanken auch über die Planung gemacht. Wir mussten erst mal Uhrzeit verabreden, wann wir uns treffen. Relativ früh, weil du ja auch gesagt hast, aus deiner Erfahrung heraus, die Sonne, die sollte noch relativ tief stehen. Du zeigst uns auch gleich auch nochmal eine ganz tolle App auf dem iPad, wo man den Sonnenstand dann ja auch nochmal verfolgen kann. Fand ich auch ganz spannend. Jedenfalls, wir alle wissen, in der Praxis läuft es immer anders, als was geplant ist. Also wir sind um halb neun dort angekommen und dann stand erst mal ein großes Auto vom Bauhof von der Stadt Worms vor dem Denkmal. Und die Herren waren in der Mittagspause. Wir haben erst mal eine Dreiviertelstunde die Leute gesucht, herumtelefoniert, dass das Auto wegkommt. Kaum war das Auto weg, kam dann besagte japanische Reisegruppe. Und eine halbe Stunde später kamen zwei Schulklassen mit Kindern. Und das ist halt etwas, was man, ich sag mal, nicht wirklich einplanen kann. Vor allen Dingen, wenn man an Räumen oder Orten ist, die man nicht absperren kann oder darf. Genau, das nur mal so als Ergänzung. Hast du die App griffbereit? Die habe ich tatsächlich hier. Die mache ich auf dem iPad schon mal auf. Und starte dann entsprechend schon mal die Bildschirmfreigabe. Und dann haben wir es auch schon gleich. Genau, haben wir Zeit. Da ist es. Wie heißt die App? Die App heißt Sun Surveyor, also Sonnenüberwacher. Und man sieht, ich kann hier einen Standort setzen. Das haben wir hier schon gemacht. Das ist die grüne Stecknadel. Die sitzt jetzt in der Mannheimer Straße in Bad Kreuznach. Und ich fasse mal etwas groß auf. Wenn wir ein großes Gebäude hier haben, zum Beispiel nehmen wir mal diesen Vierseitenhof in der Mitte. Und wenn ich jetzt wissen möchte, wann ich dort sein muss, um einen bestimmten Lichteinfall zu haben, dann kann ich hier unten einfach hingehen und kann die Uhrzeit verschieben. Und der gelbe Punkt, der auf der Achse wandert, das ist dann letztendlich nichts anderes als die Sonne. Und der rechnet mir sogar den Schattenwurf mit. An der Mitte, wo wir den grünen Punkt sehen, bewegt sich auch noch ein kleiner schwarzer Strich. Der wird jetzt länger. Und das ist der Schattenwurf. Also man sieht hier sehr gut, wie hoch steht die Sonne, aus welcher Richtung kommt sie, wann geht sie auf, wann geht sie unter. Das Ganze gibt es auch noch als Mond. Und das kann ich mir dann für jeden Platz der Welt und auch für jede Größe der Welt letztendlich hinlegen. Das heißt, ich kann auch ganze Dörfer nehmen und kann sagen, okay, dieses Dorf hier, wenn ich das jetzt nehme, das ist Roxheim bei Bad Kreuznach. Wenn ich das fotografieren wollte, dann kann ich auch da sehen, von wann bis wann, wie steht die Sonne, wie scheint sie dann entsprechend aufs Dorf. Genau. Also wie gesagt, das konnten wir in der Planung, konnten wir das alles berücksichtigen. Und letztendlich sah es so aus, dass am ersten Aufnahmetag durch die ganzen Verzögerungen so eine Diskrepanz entstanden ist, dass wir im Endeffekt nachher die Mittagssonne hatten und ganz viele Bilder einfach überhaupt nichts geworden sind, weil die Sonne einfach frontal von oben reingeschaltet hat und ja, einfach wir nur noch ausgebrannte Flecken hatten. Und daher mussten wir dann einfach einen zweiten Termin noch vereinbaren. Genau. Ich habe es jetzt mal rausgesucht. Da sind wir. Da haben wir das Lutherdenkmal. Und da haben wir dann gerechnet, morgens Sonneneinfall wunderbar, 9.30 Uhr, scheint sie ganz gerade drauf und dann wandert sie halt entsprechend rum. Und wenn die halt so steht, dann kann man nichts mehr machen und das war halt die Überlappung mit der chinesischen Reisegruppe in Kombination mit der Verzögerung, mit der Stadtreinigung. Und da mussten wir es einfach nochmal machen. Das war in Worms jetzt relativ unkompliziert machbar, weil wir auch mit kleinem Equipment vor Ort waren. Wenn wir jetzt allerdings einen Schritt im wahrsten Sinne des Wortes höher gehen und das Ganze aus der Luft machen, dann braucht man da natürlich deutlich mehr Equipment. Das kann man auch mit Drohnen machen. Und ich will es einfach mal kurz nutzen, um ein Beispiel zu zeigen. Da haben wir nämlich hier ein interaktives Stadtpanorama. Auch bei RoundMe gehostet. Und da kann ich über die ganze Stadt drüber gucken. Und das ist natürlich jetzt nicht mit... Das ist natürlich jetzt nicht vom Boden ausgemacht, sondern aus der Luft, wie man hier sieht. Da ist also kein Stativ unten drunter. Und ist nochmal mit einer anderen Kameraqualität gemacht. Was man hier sehr gut sieht und das ist auch gleich mein nächster Praxistipp für euch. Ihr seht hier so einen ganz harten Strich. Das ist der Moment, wenn ich eine Kamera benutze, die für 360-Grad-Aufnahmen zu produzieren zwei Linsen hat. Ich habe euch so einen mal mitgebracht. Packt mal mal aus. Das ist jetzt eine Nikon Key Mission. Die funktioniert so, dass wir hier zwei Linsen haben. Eine Linse hier und eine auf der anderen Seite. Und jetzt für alle einen Tipp, die auch eine ganz günstige 360-Grad-Kamera haben. Wenn ich die Kamera zur Sonne ausrichte, dann sollte ich das immer mit der Seite tun. Also hier oder hier. Das heißt, wir schauen, dass die Sonne auf die Seite der Kamera scheint. Und nicht in eine der beiden Linsen. Das ist verboten. Sondern hier auf die Seiten sollte sie drauf scheinen. Weil dann können wir solche scharfen Kanten zum Großteil vermeiden. Ist aber immer noch in der 360-Grad-Fotografie eine der großen Herausforderungen, diese Stitching-Kanten eben rauszukriegen. Wir sehen jetzt hier, da ist es ganz gut gelungen. Aber wir haben trotzdem hier eine krasse Belichtungskante drin. So sieht das Ganze halt dann aus. Ich kann natürlich, wenn ich das Mausrad nach vorne schiebe, auch ins Panorama rein. Da muss man manchmal mit Persönlichkeitsrechten und so ein bisschen aufpassen. Weil wenn ein großes Panorama, dann ist alles gut. Aber wenn ich hineinzoome, dann kann es natürlich sein, dass ich Dinge ganz groß plötzlich sehe, was ich am Anfang gar nicht auf dem Schirm hatte. Das heißt, jedes 360-Grad-Panorama-Bild sollte vor Veröffentlichung nochmal genau kontrolliert werden, ob es nicht irgendwelche Bereiche gibt, die man nicht zeigen darf. Das ist an der Stelle ganz wichtig. Rechte ist jetzt ja auch ein ganz gutes Stichwort. Also ich kann mich ja auch jetzt an Worms ländern. Es ist ja keinesfalls jetzt so, dass man jetzt einfach anfährt, die riesige Drohne auspackt und dann einfach mal anfängt zu fliegen und aufzunehmen. Wenn ich jetzt was aufnehme, Philipp, was ist denn zu beachten? Meinst du jetzt am Boden oder in der Luft? Wenn ich jetzt mit der Drohne zum Beispiel auch ein 360-Grad-Foto aufnehme, aber auch wenn ich so ein 360-Grad-Foto aufnehme, nur mal Stichwort die Schulklasse, die sich dann eben an der Seite des Denkmals versammeln wollte, bis wir fertig sind. Also da können wir gerade im Bildungsbereich oder im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit von Glück sagen, dass weiterhin das Kunsturhebergesetz für uns gilt und wird nicht komplett der Datenschutz-Grundverordnung unterliegen. Also wer sich ins Bild reinstellt, der ist in der Regel damit einverstanden. Wir müssen, wenn es um Einzelpersonen geht, natürlich fragen. Wenn es nicht öffentlicher Bereich ist, zum Beispiel Kirchen, also wir müssen natürlich schon den Pfarrer fragen, ob wir in seiner Kirche kommerzielle Bilder oder professionell genutzte Bilder aufnehmen dürfen an der Stelle. Das ist sehr wichtig. Und im Grunde gilt, je weniger Leute auf dem Bild drauf sind, umso besser ist es, auch für das Bild. Das ist jetzt so die normale Rechtslage auch beim Recht am eigenen Bild, wenn ich eben eine Veröffentlichung von einer Person auch vornehme. Was ist jetzt zu machen? Also denken beim 360-Grad-Foto, wenn ich ein normales Foto mache, fokussiere ich mich durch einen Sucher, durch eine Kamera auf einen bestimmten Bereich. Und selbst dir, der schon sehr viele Projekte gemacht hat, geht es immer noch so, dass ich ein Bild gemacht habe, komme nach Hause, setze mich an den Rechner und denke, oh nein, da ist was drauf, das wollte ich gar nicht drauf haben. Eben wirklich der Tipp, wenn ihr ein 360-Grad-Foto macht, stellt euch an den Punkt, wo die Kamera hin soll und dreht euch um 360 Grad und schaut auch mal nach oben. Das ist an der Stelle ganz wichtig. Ich habe jetzt gerade die Freigabe mal beendet. Das ist ja ein interessanter Punkt. Also es wird ja normal beim Recht am eigenen Bild auch immer mit dem Motivschwerpunkt argumentiert. Wo liegt denn bei einem Panoramabild der Motivschwerpunkt? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich war letztens auf einer Konferenz und da hat jemand 360-Grad-Fotografie als das Nonplusultra vorgestellt und hat gesagt, das wären Dinge, 360 Grad, das wäre voll super. Und er zeigt mal ein Beispiel und dann zeigt er ein Foto, wo 180 Grad eine Hauswand waren. Das heißt, ein 360-Grad-Foto muss man auch sinnvoll einsetzen. Es macht keinen Sinn, es nur zu benutzen, weil man es eben kann oder weil man die Technik hat. Sondern wir müssen wissen, der Motivschwerpunkt wird danach gesetzt. Das heißt, ich muss mir wirklich bei der Aufnahme relativ wenig Gedanken machen. Aber bei RoundMe zum Beispiel kann ich ein Startbildschirm einrichten. Das heißt, ich kann dem Benutzer sagen, das ist der erste Bildausschnitt, den du siehst. Und der muss halt sehr attraktiv sein. Und nochmal, es macht keinen Sinn, ein 360-Grad-Foto zu machen, wenn in 360 Grad um mich herum gar nicht allzu viel zu sehen ist. Das heißt, wenn ich wirklich nur ein Highlight habe auf meinem gedachten Zifferblatt, dann kann ich auch ein normales Foto machen. Der Motivschwerpunkt sollte also im besten Fall vorne, hinten, rechts, links mehrere Motivschwerpunkte sein. Weil genau das ist ja letztendlich auch das, was 360-Grad-Fotografie ausmacht. Ja, inhaltlich war jetzt auch ein schöner Stichwort. Also es muss auch Sinn machen. Und da kommen wir doch jetzt einfach auch gerade mal so zur Sinnfrage, wo denn solche 360-Grad-Rundgänge einfach auch angebracht sind oder auch sinnvoll sind. Ja, Reformationsdenkmal hast du ja schon mal gezeigt. Wir, ich rufe das hier gerade nochmal auf den Screen drauf. Und zwar, Ursprung war ja einfach auch, also in Worms, das war die Zeit in der Öffentlichkeitsarbeit in Worms, es steht das, oder eins der weltgrößten Reformationsdenkmäler. Und wie man hier auch schön sieht, das Denkmal ist nicht barrierefrei. Ja, also das heißt, wer im Rollstuhl sitzt oder eben nicht mit Treppen hochgehen kann, der kommt nicht an das Denkmal dran. Aufgebaut, das Denkmal, jetzt vom theologischen Grund her, ist nach dem Lied von Luther, Ein feste Burg ist unser Gott und eben mit verschiedenen Figuren, die ja im Rahmen der Reformation auch eine Bedeutung haben. Und die Erklärungen sind in den Videos von Mr. Wissen und Go ja angebracht, Mr. Wissen to Go. Allerdings, wie gesagt, wer nicht mehr in der Lage ist, die Treppen zu gehen, kommt dort nicht rein. Und wer eben mal nicht so nach Worms kommt, kann sich das auch nicht anschauen. Deswegen ist das einfach eine fantastische Möglichkeit, Orte begehbar und auch zugänglich zu machen. Einerseits für Leute, die es körperlich nicht schaffen oder eben geografisch dort auch nicht hinkommen. Das zweite Projekt, was wir ja gemeinsam gemacht haben, das war die, ich muss jetzt hier mal gerade suchen, die Dreifaltigkeitskirche in Worms. Genau, da ist er. Genau, das eine, das war ja die Außenaufnahme, Reformationsdenkmal. Das zweite, jetzt hier die Dreifaltigkeitskirche, auch als Reformationskirche. Und hier hast du uns ja auch eine, ja im Prinzip einen Rundgang auch mit empfohlen. Oder man kommt jetzt direkt, wenn ich mich hier umdrehe, aus der Eingangstür raus. Oder beziehungsweise in die Eingangstür rein in die Kirche. Und hat die Möglichkeit, über verschiedene Punkte sich in der Kirche auch zu bewegen. Hier haben wir jetzt überhaupt nicht mit Videos gearbeitet, sondern mit den Informationspunkten, eben mit Fotos und Erklärungen. Weil jede Kirche, das kennt auch jeder, hat eine eigene interessante Geschichte. Und das ist auch eine ganz fantastische Möglichkeit, einfach diese Geschichte zu kommunizieren und auch sichtbar zu machen. Ja, ich glaube an dieser Stelle haben wir jetzt einfach mal so kurz erklärt, 360 Grad, was dahinter steckt. Auch so ein bisschen, welche Möglichkeiten damit verbunden sind. Ich mache jetzt erstmal so die erste Fragerunde auf an die Anwesenden. Auch hier in der Konferenz und im Chat sind bislang schon mal spezielle Fragen dort. Das sieht erstmal nicht aus. Ich habe jetzt hier bei Mastodon noch eine Frage bekommen über Zeitaufwand und Ausrüstung. Zeitaufwand hatten wir schon mal gesagt. Luther, denk mal, wir waren im Prinzip zweieinhalb oder zwei Vormittage. Mit der Nachaufnahme, weil wir eben so spät in die Sonne gekommen sind, Materialaufwand. Was haben wir für Material benutzt, Philipp? Also wir haben für das Luther-Denkmal eben die Panono-Kamera benutzt. Dann hatten wir noch ein, also da habe ich sie nochmal für alle, die es vorhin nicht so richtig sehen konnten. Die wird auf ein Stativ montiert. Das heißt, wir hatten ein großes, schweres Stativ. Bei Panoramaaufnahmen ist es wichtig, dass wir ein großes, festes Stativ haben. Also das Stativ, da sollte man tatsächlich drei Euro investieren, dass eben das nicht wackelt. Weil jede Kamera, wenn sie wackelt, macht sie schlechte Bilder. Sehr stabiles Stativ. Im Prinzip, für das Luther-Denkmal war es das schon. Wir haben noch eine Drohne benutzt, für die Videos zu machen. Aber das ist jetzt nicht im Bereich 360-Grad-Fotografie. Grundsätzlich muss man zwei Dinge bei der Produktion unterscheiden. Kameras, die auf Knopfdruck ein fertiges Panorama-Bild liefern. Da gibt es die Panono. Für deutlich günstigeres Geld gibt es die Insta360 One X. Das ist das neue Modell. Oder es gibt die Nikon Key Mission, die natürlich nicht nur Video kann, sondern auch Fotos. Es gibt die Ricoh Theta V jetzt mittlerweile als Nachfolge der Theta S damals. Das sind so die Modelle am Markt. Und dann gibt es immer eine Software dazu. Ich kann natürlich mit jeder Spiegelreflexkamera und einem großen Weitwinkelobjektiv auch händig 360-Grad-Panoramen in sehr, sehr guter Qualität machen. Da muss man aber genau wissen, um wie viel Prozent sich ein Bild mit dem anderen überlappen muss. Und das Ganze muss nachher in einer Software händig zusammengenäht werden. Das ist schon sehr aufwendig, bringt aber noch eine deutlich höhere Qualität. Da erinnere ich mich noch so, es gibt auch so diverse Apps für Smartphones, wo man eben 360-Grad-Panoramen zurechtschnippeln konnte. Da muss man ja immer so die Fotos nehmen und zurechtdrücken, dass es dann im Endeffekt passt. Genau. Da haben wir eine Frage. Ja, der Michael, der fragt gerade DSGVO und die Plattform. Und der Horst schreibt noch dazu, und ein Nodalpunkt-Adapter bietet sich auch an für Kameras. Gut. Also ich glaube, DSGVO und Plattform, vielleicht da nochmal zwei Worte dazu. Also grundsätzlich ist es so, dass die DSGVO ja nicht per se Dinge verbietet, sondern ich muss es nur erklären. Das heißt, wenn ich auf Around.me verlinke oder Around.me zum Beispiel nutze, dann muss ich das in meiner Datenschutzbestimmung entsprechend darlegen, dass der Nutzer darüber informiert ist. Es gibt aber auch eine andere Variante. Ich muss es nicht bei Around.me hosten, sondern es gibt ein Programm, kostet 49 Euro, Panorama Studio Pro 3. Mit dem arbeite ich auch. Und da kann man einfach 20, 30 bis zu hunderten Fotos zusammen reinpacken. Das näht die dann zu einem Panorama zusammen und exportiert es. Fertig für einen Upload auf einen FTP-Server. Dann so, dass ich es in meine Homepage nativ einfach einbinden kann, ohne dass ich auf einen anderen Serviceanbieter angewiesen bin. Das geht da auch. Dann muss ich mir allerdings noch ein Programm zulegen, mit dem ich diese Infopunkte bauen kann, die Videos. Das macht die Sache datenschutzrechtlich einfacher. Vom Produktionsablauf her deutlich komplizierter. Und für den Rest gilt eben normal das Recht am eigenen Bild. Also sprich, was die Veröffentlichung der Bildnisse eben anbetrifft. So, dann der Kommentar von Horst. Ein Nodalpunktadapter bietet sich auch an für Kameras. Ich gehe jetzt mal davon aus, du weißt, was ein Nodalpunktadapter ist. Ja, und ich habe keinen. Ein Nodalpunktadapter ist ein Hilfsmittel, mit dem man den Mittelpunkt der Kamera ganz gut bestimmen kann. Da wir aber meistens mit entweder automatisiert fliegenden Drohnen dann arbeiten oder eben mit Kameras, die alles auf einmal schießen und sehr wenig mit Spiegelreflexkameras Panoramen erzeugen, spielt das für uns gar nicht so die große Rolle. Panoramafotografie mit Spiegelreflexkameras ist wirklich noch mal eine Wissenschaft für sich. Wer Spaß daran hat, kann sich gerne mal die Webseite von zum Beispiel Kilian Eisenegger anschauen und da sind Gigapixel-Panoramen drin. Das heißt, die haben mit einem riesen Teleobjektiv tausende von Fotos gemacht. Gibt es aus den Schweizer Alpen ganz tolle Sachen und da braucht man sowas auf jeden Fall. Eine Menge Erfahrung und einen riesen Rechner. Okay. Weil das wäre jetzt ja auch eine spannende Frage. Ich habe davon jetzt noch wenig Ahnung, möchte damit jetzt aber anfangen. Ich sage mal so, wo kann ich mich informieren? Die Links können wir nachher zusammenstellen, in die Beschreibung noch mit reinpacken. Und ich sage mal, womit muss ich rechnen, was muss ich ausgeben für eine anständige 360-Grad-Kamera? Ja, je nachdem für den Konsum oder den eben Profibereich. Genau. Also ich fange mal, ich würde die Spiegelreflexkamera ein bisschen ausklammern, weil das, wenn ich so einfach einsteigen will, doch sehr defizil ist. Wenn wir mal oben einsteigen, dann sind wir im Fotobereich bei der Panono. Die lag mal bei 2500 Euro, liegt jetzt aktuell so bei 1200 bis 1500 Euro, hat aber einen entscheidenden Vorteil, 108 Megapixel auf einen Klick. Hat aber auch einen ganz entscheidenden Nachteil, kann kein Video. Daher halb gut. Was es als nächstes gibt, wäre zum Beispiel die Nikon Chemischen, da liegen wir so zwischen 200 und 300 Euro, kann Fotos, kann 4K-Video, sogar mit 24 Frames pro Sekunde. Ist qualitativ okay. Mehr aber auch nicht. Was ich im Moment so als letzten Schrei tatsächlich empfehlen würde, ohne dass ich hier irgendwelche Interessenkonflikte hätte oder Geld dafür bekomme, wäre die Insta360 One X. Die liegt so zwischen 400 und 500 Euro mit Zubehör und die macht wirklich sehr, sehr gut stabilisierte 360-Grad-Videos. Da experimentieren wir gerade, die unter die Drohne zu hängen und dann in der Luft ein 360-Grad-Video zu haben. Die macht ordentliche Fotos und das wäre so die Empfehlung für den Einstieg. Das heißt sinnvollerweise so mit roundabout 500 Euro, mit Stativ und allem drum und dran bin ich dabei. Okay. Also ich gehe mal davon aus, du gibst mir nachher einfach noch so ein paar Links, auch für die Inhalte, wo ich nachgucken kann und dann, wo ich mich inspirieren lassen kann. Dann kann man das noch in die Beschreibung mit rein tun. Genau. Ja, super, klasse. Gibt es denn jetzt an dieser Stelle irgendwie noch Rückmeldungen, Fragen, Kommentare, Ergänzungen? Das sieht auch nicht so aus. Dann wäre ja noch ein Punkt, was wir besprechen. Also was mir oft begegnet, wenn ich über 360-Grad-Kameras spreche oder auch über die Projekte, dass von vielen Personen immer noch so die Begriffe 360-Grad- und 3D-Rundgang noch so durcheinandergeworfen werden. Ja, wir haben auch einen 3D-Rundgang und dabei handelt es sich um einen 360-Grad-Rundgang wie jetzt bei Round V. Du hast gesagt, du machst ja auch was im Bereich 3D-Rundgänge. Was ist denn der Unterschied und kannst du uns da vielleicht den Unterschied auch mal zeigen? Ja, klar. Also Steve Jobs hat immer gesagt, there's one more thing. Und auch hier ist es so, 360-Grad-Rundgänge sind wirklich mit kleinem Geld realisierbar. Aber ich habe immer den Nachteil, dass ich mich genau entscheiden muss, wo setze ich den Punkt, wo mache ich das Foto? Und wenn jemand den Wunsch hat, so zwei, drei Meter weiter sich was näher anzuschauen, dann geht das halt nicht. Das heißt, man ist da ein Stück weit limitiert. Und ich habe mal ein Beispiel mitgebracht aus England. Und das sind dann 360-Grad-Rundgänge. Und ich mache jetzt mal die Bildschirmfreigabe auf. Das ist nicht England, das ist Australien und das ist St. Paul's Cathedral. St. Paul's Cathedral im 360-Grad-Foto. Das heißt, bis jetzt sind wir mal, außer dass die Qualität sehr gut ist, trotz des Lichteinfalls, noch nicht weiter wie im 360-Grad-Bereich. Aber in der Dreifaltigkeitskirche konnte ich jetzt an den Altar hier hinspringen. Hier ist es so, dass ich jetzt laufen kann. Ich kann also nicht wirklich Meter für Meter vorwärts bewegen, kann durch die Bänke gehen, kann mir Dinge näher anschauen, die mich besonders interessieren. Das ist der blaue Kreis, das ist deine Maus. Der blaue Kreis ist meine Maus, richtig. Und damit kann ich durch die ganze Kirche laufen. Und diese Daten, die wir hier haben, sind nicht nur 360-Grad-Fotos, die irgendwie aneinander gebaut wurden als Tour, sondern das sind echte 3D-Daten. Das sieht man daran, dass es hier unten zum Beispiel so ein Symbol gibt. Und wenn ich da draufgehe, dann steht da View Dollhouse. Und dann kann ich mir die ganze Kirche, die sieht jetzt so ein bisschen verpixelt aus, aber dann kann ich mir die ganze Kirche auch als 3D-Modell letztendlich anschauen. Wahnsinn. Wie mache ich sowas? Ja, das ist deutlich aufwendiger. Seit neuestem geht das auch mit 360-Grad-Kameras, aber lange, 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 lange nicht in der Qualität. Also es ist technisch möglich, aber nicht in der Qualität. Und deshalb, ich mache gerade mal die Bildschirmfreigabe zu. Deshalb gibt es da ein Spezialgerät. Spezielle Dinge brauchen ein spezielles Gerät. Wir haben hier einen 3D-Scanner. Das ist eine 3D-Scanner-Kamera und ich halte die mal so ein bisschen ins Licht. Man sieht also, die besitzt insgesamt hier auf dem Bereich sechs Kameras und noch zwei Infrarot-Sensoren, die an der Stelle dann die Tiefendaten erfassen. Und so alle zwei, drei Meter dreht sich das Ding einmal um die eigene Achse und erzeugt dabei solche Daten, nämlich einmal Fotodaten und zweitens wirkliche 3D-Punktwolkendaten. Und daraus werden dann solche Modelle zum Beispiel gerechnet. Okay. Du hast jetzt so eine Kamera, da gehe ich jetzt davon aus, du hast auch schon mal was aufgenommen, oder? Genau. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar, wo haben wir es denn? Aufgenommen haben wir zum Beispiel hier. Ich gebe es mal frei. Ganz in Rheinhessen war die Sparkasse. Und die Sparkasse hier haben wir eine neue Filiale eröffnet. Bildschirm kann jeder sehen. Ja. Und da betreten wir einfach mal den Innenraum. Dauert einen klitzekleinen Augenblick. Und da haben wir wieder das 3D-Modell. Es gibt auch eine kleine Anleitung für den Benutzer. Und das Ganze funktioniert natürlich in jeder Webseite, auf jedem Smartphone, auf jedem Tablet. Und hier gibt es solche Punkte noch. Wenn man auf diese Punkte klickt, dann kommt ein Text mit einem Foto, also ähnlich wie wir das beim Luther-Denkmal gesehen haben. Da kann man auch Videos reinpacken und kann so Räume entsprechend visualisieren. Der Tobi hatte gestern die wunderbare Idee zu sagen, naja, da könnte man ja so eine virtuelle Akademie draus machen, mit verschiedenen Räumen. Auch das ist natürlich möglich. Das heißt, ich kann in verschiedene Räume gehen und kann hier verschiedene Inhalte auch hinterlegen. Man könnte auf diesem Bildschirm jetzt was laufen lassen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das zu tun. Und das Schöne daran ist, ich kann jede Einstellung, die ich habe, das heißt, wenn wir jetzt mal hier rausgehen und mir dieser Bildeindruck ganz gut gefällt, kann ich das Ganze auch als Foto exportieren und habe dann ein ganz normales Digitalfoto, so mit ungefähr 20 bis 30 Millionen Pixel, also in einer sehr, sehr hohen Qualität letztendlich. So kann ich Räume bekannt machen, ich kann virtuelle Fortbildungen halten, ich kann Funktionsräume erklären, ich kann Baustellen dokumentieren. Also die Anwendungszwecke dieses Systems sind quasi grenzenlos und ich werde manchmal jeden Tag wach und habe eine andere Idee, was man noch damit machen kann. Okay. Also wenn man sich jetzt mal so überlegt, also perspektivisch, da ist wirklich echt eine Menge möglich. Jetzt stellt sich natürlich der eine oder die andere noch die Frage, was kostet dann so eine Kamera? Also kriege ich jetzt bestimmt nicht irgendwie bei Amazon oder beim Fotohändler um die Ecke, oder? Nein, während ich es erzähle, laufen da gerade mal so ein paar Beispiele durch, was man alles machen kann. Die Kamera liegt bei roundabout 3000 Euro, dann kommen aber noch Gebühren hinzu für die Berechnung der 3D-Daten, die man monatlich fix zahlen muss. Das heißt, das lohnt sich nur, wenn man wirklich viele Projekte hat, große Projekte hat, wo man auch eine Chance hat, das Ganze wieder reinzuholen. So eine 360-Grad-Kamera kann ich mir in der Bildungsarbeit oder in der Jugendarbeit oder für die Projektarbeit sehr gut vorstellen. Eine richtige 3D-Geschichte ist hier schon aufwendiger und bedarf auch einer größeren Schulung und einem größeren Erfahrungsschatz. Ja, also wobei, also ich bin jetzt echt überrascht, ich hätte jetzt mehr gedacht, 3000 Euro, das ist natürlich viel Geld, aber ich meine, wenn ich mir jetzt eine Vollformat-Kamera mit einem Objektiv hole, bin ich auch bei 2500 Euro. Also ich finde es jetzt nicht unrealistisch viel, je nachdem, was das für ein Einsatz ist, aber es... Ja, man darf die Kosten, die monatlichen Kosten ja nicht vergessen. Also die zahlt man, ob man was damit macht oder nicht. Also das ist nicht auftragsbezogen, die Kosten, sondern das ist monatlich eine Gebühr, nochmal im dreistelligen Bereich und dann muss man nochmal für den Auftrag zahlen. Das lohnt sich wirklich nur, wenn man viele Projekte damit macht. Okay, also das heißt, ich zahle einmal das Gerät und dann an den Herstellern nochmal so eine Art Grundgebühr. Genau, für das Cloud-Hosting, richtig. Okay. Oh, okay, gut. Alles klar, super. Danke auch nochmal für den Einblick in die 3D-Touren. Das Ganze gibt es auch mit Menschen, das vielleicht noch als letztes Beispiel. Okay. Wir haben hier, das ist kein Glöckner von Notre Dame, sondern ein Geschäftsführer einer Firma. Das heißt, ich kann damit natürlich auch Menschen vorstellen. Und so ein Scan kann durchaus auch mit Menschen besetzt sein. Das muss jetzt nicht zwingend nur rein technisch sein, sondern da sind auch Menschen, über die man natürlich was erzählen kann. Klasse. Ja, super, Philipp. Herzlichen Dank hierfür. Gibt es von euch, die ihr da so dabei seid, noch Fragen oder Anmerkungen, Rückmeldungen? Nein. Horst recherchiert gerade, was so eine Kamera kostet. Klasse. Nee, super. Also wenn es hier... Nee, Horst schreibt, nö, alles klar. Nee, dann erstmal herzlichen Dank, lieber Philipp. Bitte schön, gerne. Das war ein kurzer, aber ein sehr informativer Ritt in die Welt von 360 Grad und 3D. Klasse. Vielen Dank. Und ja, auch den anderen vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Kommentieren. Und ja, was übrig bleibt, wie bei jedem EEB-Talk, ist dann alles Gute zu wünschen. Der nächste ist in meine zwei Wochen mit dem Pfarrer Lutz Neumeyer zum Thema Insta-Stories und Storytelling. Ich verweise auch gerne nochmal auf unseren Webinar-Newsletter, den wir auf unserer Homepage auch haben. Und ja, wünsche dann einfach noch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende und alles Gute. Macht's gut. Ciao.